Guten Abend meine Damen und Herren, ich bin Andy Miles, ich bin der Soloklarinetist des Funkhaus Orchesters und freue mich, dass Sie zu diesem außergewöhnlichen Konzert gekommen sind. Wir haben wirklich eine großartige Woche hinter uns. Diese Band, die hier hinter uns steht, zu dem Orchester kommt aus Argentinien, aus Kuba, aus Kolumbien und sind schon allein eine kleine Sensation. Aber Paquito de Rivera ist einfach unglaublich und ich glaube, dass da spreche ich dem gesamten Orchester aus der Seele. Paquito kennt mich natürlich schon von den Schallplatten aus Studentenzeiten, jetzt später aus CDs und allein in Zahlen ist sehr unglaublich. Dazu gleich noch ganz kurz in eigener Sache, das ist etwas ganz Wichtiges für uns, ein kleiner Hinweis. Dieses Konzert wird ja live im Livestream übertragen und auch für Sie alle oder die, die nicht kommen konnten, können sich das Konzert in zwei Tagen in der Mediathek abrufen und das entweder nochmal oder erstmalig genießen. Und damit Sie hier alle das Konzert ungestört genießen können, Sie und auch Ihre Sitznachbarn, würden wir Sie bitten, Ihre Mobiltelefone nach dem Konzert wieder einzuschalten. Paquito ist jetzt 70 Jahre alt, man sieht es ihm nicht an, man merkt es nicht und er feiert seinen 70. Geburtstag weltweit mit zahlreichen Orchestern und Big Bands und seinem Sextet. Und wir haben das Glück, dass er das einzige Konzert, das einzige Geburtstagskonzert hier in diesem Pedal in Deutschland mit uns gestaltet. Ich glaube, das ist noch nicht mal sein einziges Jubiläum, weil ich habe so ein bisschen recherchiert, es müsste auch sein 60-jähriges Bühnenjubiläum sein. Ich habe im Internet so Fotos gefunden, er als kleiner Junge mit dem Saxophon, zehnjährig, mit 14 hat er schon mit dem kubanischen National-Sinfonieorchester gespielt. Also er war schon immer eine Granate. Und dann habe ich mal weiter geguckt, er hat 69 Schallplatten beziehungsweise CDs aufgenommen, hat zwei Doktortitel als Musical für Musical Arts bekommen, unter anderem in Berkeley, ist ausgezeichnet mit dem Living Jazz Legends Award vom Lincoln Center und hat nicht weniger als 14 Grammys erhalten. Begrüßen Sie mir jetzt unseren Chefdirigenten Wayne Marshall und Paquito Deriveder. Hallo! 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 Guten Abend! Guten Abend, everybody! Ja! Hey Andy! Andy! Hey, where did you buy that? I like that combination. Yeah, look at that. He's a very elegant guy, huh? He's something. Guten Abend, everybody. We are so happy to be back in WVDR. I feel here like home, you know, the big band, the symphony orchestra. And every single, oh, I forgot to ask you, if I speak in English slowly, you understand what I say? Yes. Wow, that's good. If I ask that to my wife, she say no. Well, this is another project with the wonderful WVDR musicians, and it's, like all of them, it's very special for me. But I have to tell you something before we play this work. called The Elephant and the Clown. I love animals. And I used to perform as a kid with a trio, wonderful trio of Spanish clowns, musical clowns. One play the trombone, the other play the whatever, the clarinet. And the name of these three clowns from Spain, from Madrid, Spain, was Gabi Fofor Miliki. Fofor was a prankster. He was always making jokes to everybody. He gave you his hand and he had a frock on his hand or something, you know. He was trembling. And once in the circus, there was, we had an elephant and a trainer, you know, from Hungary or something like that. And for some reason, Fofor took the elephant away from him and he hit the animal. I don't know how he did it. You know, he put the elephant away and the guy was desperate. Oh, what is my elephant, what is my elephant? And Fofor said, you have to go to the police station and tell them you have to denounce the robbery. You know, you have been robbed here. So I said, you think so? Yeah, yeah, yeah. They will find the elephant for you, I'm sure. So they went to the police station and said, I want to denounce a robbery. He said, oh, they stole your watch? Oh, this town is terrible. He said, no, no, not really. Oh, they stole your wallet. Oh, here is, that happens every day. He said, what did they do to you? He said, they stole my elephant. Try to imagine the face of the policeman when he said that. So this is my dedication to the clown. And also to the elephant with this wonderful orchestra. With Maestro. Maestro Wayne, he did the most beautiful rendition of this piece that I ever heard. I didn't even know that I wrote all those notes that he found in the rehearsal. So enjoy, the elephant and the clown. . . Vielen Dank. 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 Thank you. We're going to play. We're going to pay. Thank you. Thank you. We're going to play. 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 We'll play. We're going to 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 play.